So, und da bin ich wieder. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier schnell durchkomme. Ich geh... Ich hab keinen speziellen Weg, den ich... Oh. Keinen speziellen Weg, den ich hier abgehe. Ähm. Die Pokémon-Trainer von Saffronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Punkt. Ausrufezeichen. Ähm. Ich geh einfach nur irgendeinen Weg, wo ich hoffe, dass der gut ist. Oh. Ein Larmhuf. Nee. Nicht Lars, sondern ein Dainis. Autos. Flop. So sah das aus. Flop. Hm? Fast. Fast. Aquaknarre. Also, ich kämpfe gegen Hiddy hier lieber, als gegen die Geist-Pokémon. Okay. Hier waren wir schon. Waren wir auch schon. Waren wir auch schon. Waren wir auch schon. Ich weiß nicht, ob das random irgendwie ist. Oder ob da so ein Sinn ist. Oh, da waren wir noch gar nicht. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Man braucht Köpfchen. Zwei. Pantymos. Pantymos. Wo ist mein... Dennis? Da ist mein Dennis. Pika. Und es klingelt wieder. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh. Das hat nicht so viel abgezogen. Aber ich darf jetzt, glaube ich, direkt... Barriere? Ich glaube, ich darf jetzt wieder direkt... Was für ein Level war der denn? War der so viel höher als ich? Oh, Level 35! Ein Kadabra. Aber paralysiert. Agilität ist sehr schön. Es ist so ätzend. Es ist so ätzend. Es ist so ätzend. Was ich mir geben kann, ne? Zieht das viel ab? Fuck. Alex! Ja, super. Alex, habe ich Level 38. Das ist unfassbar. So, ich versuche jetzt wieder nach Hause zu kommen. Auto. Oh! Hm. Nöhe. Äh. Ja. Habe ich einen Beleber? Nicht mehr. Nee. Ich versuche das jetzt trotzdem. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind gewesen bin. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. So, was hast du denn? Ich bin nur zwei, drei Stück. Ey, hier ist ja fünf. Eine Abra. 50! 50! Ah! 50! Ja! Wir gehen an ihn, das war so klar. 50! Oh! Das war super, Alex. Tja, würde ich sagen, abracadabra, ne? Abracadabra, das war sogar. Nee, bleib doch mal draußen, Alex. 50! Junge, Junge, Junge. Aber Alex zieht da ganz schön heftig ab, da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja! Simsalabim. Es wäre lustig, wenn es ein Pokémon gäbe, dass Simsal, also was Bim heißt. Warum setzt das jetzt... Hat volle Psywelle. Psywelle. Iiiiih! Halt, halt! Oh! Bitte! Komplett! Weg! Nein! Okay, ich muss heilen. Okay, ich nehm' so'n Dings- Übertrank. Gut. Reflektor. Okay, das ist nur so Dingsbums. Hätte ich eigentlich durchziehen können. Aber na gut. Ho! Puh! Sehr gut. Alex erreicht Level 39. Schaut, die Sabrina besiegt! Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ja. Halt die Fresse. Ich schenke dir den Sumpforden. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte. Nimm doch... Diese TM von mir. 46, was ist dat? Psy. Ach, geht nicht mehr so'n Crap, ey. Schreie mal zum Nutz. Blah. Ach, Mann. Oh, Mann. Boah. Nee. Oder? Neee! Jetzt gehe ich wieder zurück. Ja. So. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Ähm. So, einmal speichern. Ähm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.